Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einem neuen Patch Notes Video. Die Patch Notes für das Mai Update 2020 sind online und das schauen wir uns natürlich gemeinsam an. Let's dive in. The new Sword of the Pacific Campaign features the first Tier 7 Premium Destroyer as its prize, Yudachi. This Japanese destroyer is stealthy and uses its powerful torpedoes to deal some serious damage. The Soviet fleet is complete at last. The Russian battleships are out of early access and now you can unlock the deadly Tier 7, Vladivostok. These ships are built for battle thanks to their heavy artillery and armor. Legendary Tier is back. You can now research these behemoths using a new system, the Bureau. It will take some time to complete the research, so start quickly. After you finish the intro project for some doubloons in the Campbelltown, you can begin working on one of the three legendary tier ships, Alaska, Grosser Kerfurst and the mighty Yamato. Grosser Kerfurst is a giant battleship with the famous turtleback armor scheme, making it a tough ship to bring down. As one of the large cruisers built for the U.S. Navy, Alaska has a unique playstyle as a relatively tough cruiser with powerful 305mm guns. The Yamato returns and needs little introduction. She was the largest battleship ever built and brings monstrous 18-inch guns into the battle. Keep in mind that these ships are the endgame for World of Warships Legends. You will not be able to complete them during this update, though a number of players may finish them during the next update. There are three new maps coming for high-tier battles. Grease, Crash Zone and Northern Waters give ships plenty of space to maneuver, as well as islands for cover. Plus, there is a bunch of balance changes coming to tier 7, and new effects for ships on fire. Check out the patch notes for more details. There's a lot coming to the high seas, Legends. Get ready and turn the tide. It's not available here, but the update will be on the 18th of May live. Here are the waiters between 9 and 12 hours. After that update will be available for Xbox and PlayStation 4. And the first point is the sword of the Pacific. Eine neue Kampagne wird fünf Wochen lang verfügbar sein, wo wir uns den wilden japanischen Torpedo-Zerstörer Yudahi freispielen können. Wir haben endlich jetzt die Möglichkeit, mal einen T7 Premium-Zerstörer zu bekommen. Dort gab es bis jetzt ja noch keinen, wobei es schon mehrere Premium-Schlachtschiffe und Kreuzer auf der Stufe gab. Das ist natürlich eine geile Sache. Und dort gibt es natürlich auch wieder einige Belohnungen, die man sich mit und ohne Admiralitätsunterstützung holen kann. Einmal hier in der Übersicht. Ohne Admiralitätsunterstützung kann man sich hier Sachen erspielen. Insgesamt im Gesamtwert von knapp 17.000 Dublonen. Und wenn man die Admiralitätsunterstützung holt, steigert sich das Ganze auf fast 70.000 Dublonen. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Ich vermute, dass die Admiralitätsunterstützung wieder 2.500 Dublonen kostet. Ich kann aber jetzt hier leider gar nicht erkennen, wo es dran steht. Dort werden wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar mehr Infos bekommen. Auch welche Aufgaben wir dort bekommen, machen wir mal weiter hier mit dem nächsten Punkt. Beziehungsweise wir haben jetzt hier noch mal das Bild. Also die Endbelohnung. Endlich wieder ein richtig geiles Schiff hier. Da freuen wir uns natürlich. Ein Premium-Zerstörer der Stufe 7. Eben der erste im Spiel. Sehr, sehr geil. Und weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Die sowjetische Flotte. Die russischen Schlachtschiffe sind jetzt für alle Spieler erspielbar. Die gab es natürlich im letzten Update bis zur Synop schon in Early Access. Und auch die Vladivostok wird jetzt verfügbar sein auf Stufe 7. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dort mal ein paar Runden zu drehen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und weiter geht's mit das Büro. Oh, was ist denn das? Das Büro wird das neue Zuhause für zusätzliche Belohnungen und zur Verwirklichung langfristiger Ziele in World of Warships Legends. Außerdem öffnet es die Tür für legendäre Schiffe. Diese Schiffe werden nicht die einzige Neuerung sein, die über das Büro ins Spiel gebracht wird. Aber wir sind der Meinung, dass dies ein guter Anfang ist. Und wir hoffen, dass ihr mit dem frischen Spielgefühl, die sie bieten, zufrieden sein werdet. Dort bin ich natürlich auf jeden Fall sehr gespannt. Dort gucken wir uns natürlich mal das Bild an. Also über das Büro, ihr seht es hier schon, es gibt halt eine Kampagne, die man hier erspielen kann. Hier gibt es dann zum Beispiel den Premium Zerstörer der Stufe 2, die Campbelltown als Belohnung. Und dann gibt es hier auch noch die legendäre Schiffe, die man über diese Kampagne oder über dieses Büro, sagen wir es mal, erspielen kann. Und hier oben auch eine nette Zusatzinfo, aktive Projekte. Man kann halt ein aktives Projekt haben und ein zweiter Slot wird zusätzlich mit dem Premium Account freigeschaltet. Das heißt, wenn man einen Premium Account hat, dann kann man halt quasi zwei Projekte gleichzeitig machen, was geil ist. Die Grundeinheit des Büros ist standardmäßig ein Projekt. Ein Projekt umfasst eine Reihe von Segmenten, die jeweils einen Forschungsmeilenstein darstellen. Projekte enden meist damit, dass ein neues Schiff in ihren Hafen festgemacht wird. Die legendären Schiffe oder hier wie eben auch erwähnt den Premium Zerstörer der Stufe 2. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf Schiffen der legendären Stufe. Allerdings wird es in Zukunft auch Schiffe der unteren Klassen oder sogar etwas ganz anderes geben. Das hört sich auf jeden Fall schon mal vielversprechend an. Um ein Projekt zu starten, genügt es ein Projekt auszuwählen, woraufhin es in der Registerkarte aktive Projekte erscheint. Sobald ein Projekt aktiv ist, könnt ihr mit der Verwaltung der Segmente beginnen. Segmente bestehen aus mehreren Etappen. Schauen wir uns mal hier das Bild an. Okay. Also wir sind jetzt hier quasi in einem Projekt drin, wo die Forschung läuft. Und hier können wir dann bestimmte Sachen zuweisen. Förderer werden später verfügbar sein. Das gibt es wahrscheinlich am Anfang noch nicht. Dann haben wir hier Flotte. Da kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob man da irgendwelche Schiffe zuweisen kann. Oder müssen wir mal abwarten. Wird interessant. Und dann noch tägliche Praxistests. Das sind vielleicht irgendwelche Missionen oder sowas. Auf jeden Fall interessant. Dann sieht man hier unten noch den Fortschritt. Etappe 3 von 5. Also mehrere Etappen. Es gibt auf jeden Fall auch noch Zwischenbelohnungen. Also es gibt nicht nur das Endschiff, die Amate in diesem Fall. Sondern wir haben jetzt hier auch irgendwelche Zwischenbelohnungen für die Etappen. Auch wenn es vielleicht nur zwei Tage Premiumzeit ist. Aber das nehmen wir natürlich gerne mit. Den Segmenten eines Forschungsprojektes werden standardgemäß Forschungspunkte zugeteilt. Jedoch in einem sehr langsamen Tempo. Um den Fortschritt zu fördern, stehen einige Optionen zur Verfügung. Durch Hinzufügen von Förderern, einen oder mehreren eurer Kapitäne zum Projektsegment. Und durch die Zuweisung eines oder mehrerer Schiffe zum Segment. Darüber hinaus kann sich der Abschluss bestimmter Kampfhandlungen positiv auf das Projektsegment auswirken. Es wird auch eine Dublonenoption Durchbruch geben, um die Fertigstellung eines Segments zu beschleunigen. Dort wurde ja schon gesagt, dass das Ganze bis zu 40% geht. Aber das wird sicherlich auch gleich nochmal erwähnt. Sobald ein Segment abgeschlossen ist, erhaltet ihr dafür eine Belohnung und könnt zum nächsten Segment übergehen. Wenn ihr mit den Segmenten fertig seid, ist das Projekt abgeschlossen und ihr erhaltet die abschließende Belohnung. Wir möchten darauf hinweisen, dass einige Projekte über einen längeren Zeitraum verfügbar sein werden. Während andere nur vorübergehend zur Verfügung stehen. Und dann haben wir hier noch einige wichtige Dateis. Um die legendären Schiffsprojekte freizuschalten, müsst ihr zuerst das Einführungsprojekt abschließen. Dies dauert im Durchschnitt etwa eine Woche. Nachdem das Einführungsprojekt von einer größeren Anzahl von Spielern abgeschlossen wurde, werden wir möglicherweise ein paar Daten sammeln, bevor wir die nächsten Projekte freischalten können. Das wird wahrscheinlich dafür sein, dass relativ viele Spieler gleichzeitig anfangen, auch die legendären Schiffe zu bekommen. Interessant hier auf jeden Fall. Während ihr in diesem Update mit der Erforschung der legendären Schiffe beginnen könnt, wird es nicht möglich sein, diese Forschung abzuschließen, bevor das nächste Update erscheint. Okay, also wir werden auf jeden Fall nicht dieses Update die legendären Schiffe spielen können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wir können uns dort auf jeden Fall schon mal Fortschritte erspielen. Das ist auf jeden Fall schön. Diese Projekte können zwar nicht sofort durch das Ausgeben von Dublonen abgeschlossen werden. Aber ihr könnt Dublonen nutzen, um den Fortschritt um etwa 40% zu beschleunigen. Das wäre natürlich besser gewesen, wenn das gar nicht mit Dublonen verbunden wäre. Aber wenigstens kann man das nicht vollständig mit Dublonen freischalten. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ein legendäres Schiff mit allen Boostern ohne tägliche Studien sollte einen Durchschnitt zwei bis drei Monate brauchen, um verfügbar zu werden. Wenn dazu noch Studien hinzukommen, kann dies zu zwei Wochen abziehen, während die Ausgabe von Dublonen für Durchbrüche. Ein solches Projekt weiter auf etwas mehr als einen Monat verkürzen kann. Bevor ihr den Fortschritt mit Dublonen ankurbelt, vergewissert euch, dass ihr genau wisst, wofür ihr bezahlt. Keines der drei legendären Schiffsprojekte ist zeitlich befristet. Allerdings wird es in Zukunft zeitliche befristete Projekte geben. Also dort haben wir auf jeden Fall genügend Zeit, um uns die drei legendären Schiffe frei zu erspielen, wie man es auch nennen möchte. Förderer werden erst ab dem nächsten Update verfügbar sein. Das haben wir uns oben ja schon gedacht. Gleiche gilt mit einem Premiumkonto. Können sie an zwei Projekten gleichzeitig forschen. Das ist auch cool. Und jetzt hier nochmal ein schönes Bild der drei legendären Schiffe. Interessant auch, dass sie auf jeden Fall das Symbol geändert haben. Es ist jetzt ein Stern, nicht mal der Totenkopf, den wir in der Testphase hatten. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Diesmal hat man dann auch auf jeden Fall hier die Klassen mit dabei. Das ist super. Und jetzt kommen wir zum Matchmaking. Dort bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Diese Schiffe werden zwar noch nicht auf See stechen, aber wir möchten, dass ihr vorbereitet seid. Deshalb sind hier einige Fakten. Die ersten drei Schiffe, wie schon erwähnt, Yamato, der große Kurfürst und Alaska. Der große Kurfürst ist das ultimative deutsche Schlachtschiffdesign, das sich durch eine großartige horizontale Panzerung und Torpedoschutz eine schwere Breitseitensalve mit 406 mm Granaten, weitreichende Sekundärgeschütze und das Verbrauchsmaterial so nah auszeichnet. Alaska ist ein übergroßer, aber schneller Kreuzer der US-Navi, der mit 305 mm Geschützen bewaffnet ist. Sie hat eine beachtliche Menge an Trefferpunkten und eine gute Verborgenheit und durchaus präzise Geschütze, ganz zu schweigen von ihrem Verbrauchsmaterial-Überwachungsradar. Die Yamato braucht nicht vorgestellt werden, da sie das größte Schlachtschiff mit den höchsten verfügbaren Geschützkaliber 460 mm ist. Es ist jedoch vorgesehen, dass die Yamato einige Änderungen bekommt im Gegensatz zum Test-Event. Dort war sie auf jeden Fall ultra, ultra stark. Mal gucken, was sie daran ändern. Ich bin gespannt. Wir werden diese in den nächsten Patch-Notes auflisten. Diese Schiffe können nur mit anderen Schiffen der legendären Stufe und Schiffen der Stufe 7 verglichen werden. Der Unterschied zwischen den Teams kann nicht mehr als ein legendäres Schiff betragen. In einer einzigen Schlacht können bis zu 18 Schiffe der legendären Stufe eingesetzt werden. Also es kann bis zu 9 gegen 9 mit den legendären Schiffen werden. Aber es können auch 7 da reinkommen, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe. Und das könnte schon hart werden. Um für die Einführung der neuen Kriegsschiffe besser gerüstet zu sein, wurden bei mehreren Schiffen der Stufe 7 einige Anpassungen vorgenommen. Aha, also ist es wirklich so. T7 kann auf jeden Fall gegen antreten und wir schauen mal, welche Anpassungen wir hier haben auf jeden Fall. Fangen wir bei der Mogami an. Ruderstellzeit wurde für beide Rümpfe um 10% gesenkt. Abklingzeit der Reparaturmannschaft von 80 auf 60 Sekunden reduziert und ihre Trefferpunkte stellen sich 20% schneller wieder her. Soll halt einfach einen schnellen Tod besser verhindern. Weiter geht's mit der Atago. Ein Zusatzmodul, das schnellere Torpedos mit einer Reichweite von 8 Kilometern liefert, ist als Ersatz für das Basismodul erhältlich. Also mit der Atago können wir jetzt hier sogar noch die Torpedos tauschen. Das ist eine coole Sache. Das gleiche gilt hier nochmal mit der Reparaturmannschaft. Das läse ich jetzt nicht nochmal vor. Gleiche Änderung wie bei der Mogami. Machen wir weiter mit der Baltimore. Also einige Balance-Anpassungen hier auf jeden Fall. Ruderstellzeit wurde für beide Rümpfe um 10% gesenkt. Dann haben wir hier eine erhöhte Bug- und Heckpanzerung von 25 auf 27 Millimeter. Das ist natürlich nice. Die Baltimore, die war immer so ein bisschen schwach auf der Brust. Steht jetzt hier auch dabei. Das soll verhindern, dass Schiffe die Baltimore overmatchen können. Bis zu 380 Millimeter. Welches ja einige Schlachtschiffe auf der Stufe haben auf jeden Fall. Außerdem dieselbe Änderung mit der Reparaturmannschaft, die wir hier kriegen. Weiter geht's mit der Edinburgh. Dort auch nochmal die Ruderstellzeit 10% gesenkt und nochmal die Reparaturmannschaft Änderung. Weiter geht's mit der Schapaev. Ruderstellzeit wurde für beide Rümpfe um 10% gesenkt. Die Abklingzeit der Reparaturmannschaft auch noch verbessert. Also sogar die Schapaev kriegt hier auch einen Buff, die ja wirklich sehr, sehr stark performt. Ich sehe aber auch hauptsächlich das Problem, ehrlich gesagt, beim Kapitänskill. Von daher schauen wir mal, ob da vielleicht noch was kommt. Denn haben wir hier bei Mikhail Kutusov. Das Schiff hat nun die gleiche Reparaturmannschaft wie die Schapaev. Also hier wirklich durchweg werden auf jeden Fall hier die Schiffe gebufft. Und das soll natürlich auf jeden Fall dafür sein, dass sie halt gegen die legendären Schiffe dann bessere Chancen haben. Was natürlich auch irgendwie berechtigt ist. Aber in diesem Update werden sie natürlich dann noch besser gegen einen T6er performen. Was natürlich schon ziemlich gefährlich ist, sag ich mal. Perinz Eugen. Ruderstellzeit wurde um 10% gesenkt. Auch der Reparaturmannschafts-Buff hier sehr schön. Bayer Hipper genau das gleiche. Das ist relativ, ja, relativ gleich überall. Auch die Reparaturmannschaft. Charles Mattel. Anstelle des Katapultjägers steht nun eine einfache Reparaturmannschaft zur Verfügung. Also das kann man jetzt tauschen. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach besser. Reparaturmannschaft besser wie Katapultjäger. Denn auch noch die Ruderstellzeit wurde für beide Rümpfe um 10% gesenkt. Weiter geht's hier mit dem ersten Zerstörer. Der Fletcher. Der Luftwiderstandskoeffizient ihrer Granaten wurde reduziert. Wodurch ihre Flugbahn etwas flacher und das gesamte Schießerlebnis angenehmer wurde. Zusätzlich wurde nochmal die Ladezeit der Hauptbatterie von 3,34 Sekunden auf 3 Sekunden reduziert. Und zu guter Letzt noch die Vanguard. Dieses Schlachtschiff verfügt nun über eine Variante des Hauptbatterienachladeboosters. Die dem von Jean Bart ähnelt. Sie enthält jedoch nur eine Ladung. Sofern dies nicht durch Fähigkeiten des Kapitäns verbessert werden. Das ist natürlich auch mega geil. Vanguard ein Schiff, was ich sehr, sehr gerne mag. Sehr viele Kreuzer dabei. Und das steht auch hier dabei. Es wird natürlich erwartet, gerade wenn natürlich zwei legendäre Schlachtschiffe reinkommen, dass dort natürlich die Kreuzer am meisten darunter leiden. Kann man natürlich auch irgendwie verstehen. Aber man muss halt auch bedenken, dass die Siebener halt nicht nur dann gegen die legendären Spiele, sondern halt auch gegen Sechser. Und dann hier die ganze Stufe nochmal ein bisschen stärker zu machen, wird natürlich als Sechser halt auch nicht angenehm, wenn wir ehrlich sind. Aber da müssen wir halt erstmal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Außerdem als Randnotiz, dass im nächsten Update der Kreuzer Schapaev mit einer großen Wahrscheinlichkeit wieder runtergeschraubt wird. Da wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Das hatte ich auch schon fast sogar für dieses Update erwartet. Sogar haben wir diesmal jetzt einen Buff bekommen. Das ist halt sehr interessant. Und es gibt endlich neue Karten. Dort haben sich einige natürlich gefreut. Und zwar handelt es sich um die Karten Griechenland einmal. Dann haben wir hier die Kampfzone mit Bildern. Nördliche Gewässer, das ist natürlich super. Also drei neue Karten hier am Start. Ein bisschen mehr Vielfalt. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und dann haben wir hier noch ein paar sonstige Sachen. Da schaue ich mal schnell kurz durch, ob da was Interessantes dabei ist. Okay, bei den sonstigen und Fehlerbehebungen ist jetzt kein gravierender Punkt dabei, wo ich sage, das ist wichtig. Ihr könnt gerne mal Pause drücken zum Durchlesen oder in die Videobeschreibung. Dort stelle ich euch auf jeden Fall den Link rein. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geiles Update in einigen Punkten. Also auf jeden Fall super ist endlich eine Kampagne mit wieder einem richtig geilen Endbelohnungsschiff von T7er Premiumschiff. Dort hatten wir ja beim letzten Mal vielleicht nicht die geilsten Belohnungen. Und es ist endlich mal ein Zerstörer der Stufe 7. Auch wenn ich kein großer Fan von einem japanischen Zerstörer bin. Ich hätte dort eher irgendwas anderes gesehen. Aber ich will mich dort auch nicht beschweren. Das ist auf jeden Fall super. Dann haben wir ja als nächstes die sowjetischen Schlachtschiffe, die zur Verfügung stehen. Für alle, das ist geil. Alle können jetzt hier auf jeden Fall die Hände an die Vladivostok ranbekommen. Da freue ich mich auch selber drauf. Dann haben wir hier das Büro als Erweiterung. Da freue ich mich natürlich auch, die legendären Schiffe quasi zu erspielen. Was super ist. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Schreibt gerne mal in die Kommentare, bei welchen legendären Schiffen ihr anfangen möchtet. Wir haben ja hier drei zur Auswahl. Auch wenn wir natürlich das hier als erstes machen müssen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Und ja, die siebener Schiffe werden hier teilweise verstärkt, um einfach gegen die legendären Schiffe antreten zu können. Aber das Ganze wird dann quasi gegen legendären Schiffe erst im Update da drauf vorhanden sein, weil wir vorher noch nicht an diese Schiffe rankommen. Das ist auf jeden Fall interessant. Sehr schön. Und ja, noch ein bisschen weitere Balancing-Änderungen hier. Fletcher, Vanguard. Sonst wie gesagt, nur alles Kreuzer. Neue Karten ist natürlich super. Da freue ich mich drauf. Also an sich auf jeden Fall ein nettes Update. Schreibt gerne auch mal eure Erwartungen in die Kommentare. Und das soll es an der Stelle gewesen sein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einmal den Link zu den Patch Notes. Denn natürlich mein Twitter-Account, mein Twitch-Kanal, mein Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.